So, da bin ich wieder, Teil 3. So, erstmal für alle Vollprofis, ich möchte so mit dem Licht arbeiten, ich möchte es so haben, okay? Ihr wisst Bescheid, was ich damit meine, okay? Ich könnte jetzt oben auf die Lichter setzen, ich könnte auch zusätzlich Mikrofone setzen, richtig. So, das ist eine 5.1 Cam, ich stehe vor der Cam, arbeite mit der Cam und zeige euch, worum es geht. Ihr seid in Teil 3, werdet Teil 1 und 2 nicht gesehen, ich möchte mich jetzt nicht in jedem Teil wiederholen. Ich würde mich freuen, wenn ihr in Teil 1 reinspringt, in Teil 2 reinspringt und euch das kurz anguckt, ihr könnt auch hin und her fahren. Ich werde mir angewöhnen, so zu drehen, dass das nicht zu langweilig wird, weil ich weiß ja, wie ihr reagiert und ich weiß ja, wer ihr seid. So, das gute Stück hier wird jetzt laut, weil das ein Rüttler ist und ich erkläre auch gleich, warum das ein Rüttler ist. So, dieser Rüttler hat, weil dieses Buch hier, dieses Buch wird natürlich geschnitten. So, das ist hier so ein Schneidegerät, so ein Schneidegerät, das ist ja alles nicht so genau zu zeigen, da hat es einen Grund, ich erkläre mich. So, das war ein Buch, jetzt sind es Seiten, Doppelseiten. So, in Clip 4 zeige ich euch, was ich mit diesem Buch machen werde. Hier im Clip 3, weil in Clip 2 habe ich mich ja erklärt, weil ich ja da unterbrochen wurde durch die Welt. Datenhighway, der Datenhighway ist euer Phone, ob nur iPhone oder Smartphone. So, hier sind wir bei der Arbeit der Bindung, ja, die stelle ich euch jetzt vor. Das gute Stück tue ich jetzt mal eben zur Seite, weil in der, also, darum geht es mir ja. Wenn ich jetzt ein TikToker wäre, hätte ich die fahrbare Kamera genommen und hätte die live hier, weil ich bin ja hier unter WLAN. So, ich hätte dann, das ist ja meine Prämisse, das ist ja das, was ich gerne möchte. Ich möchte live, möchte arbeiten, möchte einfach mal so euch zeigen, wie man arbeitet in der Welt der Medien. So, das ist jetzt eine feste Einstellung, eine feste Brennweite. Ich stehe da vor und erzähle euch ein. So, jetzt gehe ich her und lege hier so eine Spirale ein. Und in irgendeinem Clip, ich weiß nicht, Clip 5 oder Clip 6, werde ich euch das etwas näher zeigen. Jetzt bereite ich halt die Clip-Serie vor. Clip 1, 2 und jetzt sind wir bei 3 und gleich bei 4. So, und da denke ich mir halt aus, vielleicht dieselbe Position, vielleicht auch eine andere Position, muss ich schauen. So, noch einmal, ich möchte ein TikToker werden, ich möchte live unterwegs sein. Ich möchte mich bei den Lkw-Fahrern bedanken, die mich inspiriert haben. Fand ich hochgradig interessant, live, live, vorgemerkt live. Und dann hat er auch draußen gehubt und fuhr weiter. Ich finde stark, diese Small-Talk-Geschichte, also er musste weiter, konnte nicht anhalten. An alle Lkw-Fahrer, wenn ihr mal für euren Führerschein, ihr wisst ja, und wenn ihr die ganzen Sachen braucht, ihr müsst ja hin und wieder. Und ihr braucht hin und wieder mal Ausweisbilder. Dafür habe ich mein Studio, da wird nicht nur gedreht für Film und Fernsehen, sondern auch Normalität, Foto, Klik-Klack für den Pass oder für die Bewerbung. So, jetzt arbeite ich hier, das habe ich jetzt gerüttelt, dann wird das hier so eingelegen. Ich weiß nicht, ich zeige euch nicht hinterher. Und dann bitte aufpassen, dass ihr euch die Finger nicht verletzt, weil das Ding tut weh. Dieser Bügel hier, hört ihr genau hin? Wenn ihr da die Finger zwischen habt, es tut weh. So, weil dann entstehen nämlich Löcher. So, und diese Löcher, die da entstehen, dann wird das hier gebunden. Also die Bindung seht ihr nachher in einem anderen Clip. Ihr seht nur, dass ich jetzt gerade da am Arbeiten bin, weil ich das sozusagen jetzt hier vorbereite. Denn dann kann ich die nächste Kamera einstellen, wo ich dann dieses Buch scannen werde. Das Buch, wo ich es ja gerade geschnitten habe. So, wie gesagt, so einfach ist es bei mir in meiner kleinen Welt nicht, weil ich leider die Verantwortung trage. So, jeder, der die Verantwortung trägt, weiß genau, wie ihm die Zeit um die Ohren schlägt. Na, wenn ich das mal so sagen darf. So, jetzt habe ich dieses Buch gebunden. Und dieses Buch, darf ich nicht zeigen, wie gesagt. Also dieses Buch habe ich gebunden und dieses Buch ist eingelesen, ist digitalisiert worden. So, in dem nächsten Clip, weil wenn es jetzt live wäre, könnte ich jetzt live da hingehen, mach ich nicht. Ihr könnt hoppen. Eins, zwei, drei oder vier. Könnt ihr euch angucken in Ruhe. Und wenn ihr meinem Redefluss folgt und meinem Maskottchen folgt. Ich arbeite nämlich unheimlich gerne. So, mein Maskottchen hier. So, ich habe auch, äh, momentan seht ihr aber nicht auf, hab, ne. So, ich mache so viele Sachen. Jetzt hoffe ich, ihr habt das Verstandene, was ich hier betreibe. Ich möchte ein TikToker werden. Benötige über 1000, die da mitmachen. Also schön das Plus wegmachen und so. Und dann gehe ich online. Dann gehe ich richtig online und dann schaue ich mal, ob ich nicht wunderschöne Live-Videos mache. Ansonsten bleibe ich hier bei YouTube, ist klar. Dann mache ich halt hier meine YouTube Shop News. So, die, ja. Also ich mache das schon sehr lange und ich weiß schon gar nicht mehr, äh, überwiegend war ich es beruflich. Und deswegen seht ihr mich nicht. Punkt. So, jetzt habe ich Interesse dazu und deswegen seht ihr mich. Doppelpunkt. Leider, ähm, habe ich merkwürdige Menschen um mich herum. Äh, leider habe ich hier merkwürdiges Umfeld. Die Menschen sind merkwürdig. Sie benehmen sich merkwürdig. Ähm, ja. Schätzungsweise ist der Intellekt nicht so hoch angesiedelt. Es kann sein, dass sie nicht studiert haben. Es kann sein, dass sie nicht auf der Oberschule waren. Weil wir haben hier sehr viele niedrige Stufen und niedrige Berufe, wo man nicht denken muss. Und wenn man nicht denken muss, kann es schon mal vorkommen, äh, dass es ausgleitet. Warum ich das, äh, so sage oder das in meinen Videos einflechte, ich bin nicht sauer. Nur mir ist etwas aufgefallen und da habe ich gesagt, stopp, äh, wenn ihr der Meinung seid, ich kann auch. An alle Hasser, an alle Schwurbler, ne, an alle, die der Meinung sind, bei Telegram Fronhausen die Sau rauszulassen. An alle, die der meinen, mit der Sprühflasche ihre Pamphlete, da an Hauswände anzupreisen. Wisst ihr, setzt euch doch einfach mal hin und denkt mal drüber nach. Denkt mal über euer eigenes Leben nach. Ich weiß, ein Chef wird nicht geliebt. Ein Chef kann man nicht lieben, weil ein Chef sagt an, okay. Und vielleicht komme ich auch so rüber, weil ich ansage. Ich muss ich jeden Tag ansagen, geht mir leider nicht anders, weil ich bin Chef, Punkt, fertig, aus. So, und, äh, dadurch bedingt, äh, kann es sein. Aber ich bin aber auch ein normaler Mensch, hm. Ich bin ein völlig normaler Mensch und, äh, ich will nicht gemocht werden oder so. Ich bin einfach nur ein normaler Mensch, okay. Und mir ist aufgefallen, dass einige normalen Menschen, ne, es nicht so leicht haben wie die total bekloppten Menschen. Die total bekloppten Menschen da im Fernsehen, ob das Dieter Boden, der ist ja auch nicht ganz dicht, aber das ist bei der, bei der Größe des Geldes ist der so, so, ne, wie er ist. Und, äh, alle anderen auch, ja. So, das will ich gar nicht, äh, es reicht schon, wenn ich mit den Leuten arbeiten muss. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, jetzt kommt in Clip 4. Da zeige ich euch, wie es weitergeht. Also ich habe das gute Stück jetzt gebunden und, äh, werde dann was anderes, was ich gerade geschnitten habe. So, das habe ich ja gerade geschnitten. Das, äh, wird jetzt digitalisiert und dann geht das. Also ich mache heute das 21 Mal, ich werde jetzt aber keine 21 Videoclips machen. Aber ihr sollt wissen, dass ich jetzt 21 Mal Buch schneiden muss, einlesen muss, digitalisieren, dazu eine Nummer verteilen und so weiter und so fort. Okay? Ich nehme euch einfach mal mit hier, damit ihr wisst, was Arbeit bedeutet. Ich nehme euch einfach mal mit nein. Vielen Dank.